Jana Ina Zarela und ihre Mutter können sich nach zwei Jahren endlich wieder in die Arme schließen. Die emotionalen Aufnahmen zeigen wir im Video. Jana Ina Zarela, 45, hat eine große Überraschung für ihre Mutter. Pünktlich zum Geburtstag reist die Moderatorin nach Brasilien, um ihrer Mutter ein ganz besonderes Geschenk zu machen, sich selbst, Jana Ina Zarela, endlich wieder zusammen. Wegen der Corona-Pandemie konnten sich Jana Ina und ihre Mutter lange nicht persönlich sehen. Ein ganzer Ozean lag zwischen den beiden Frauen, die eigentlich ein sehr enges Verhältnis zueinander pflegen. Da ist die Wiedersehensfreude riesengroß. Die emotionalen Aufnahmen sehen Sie im Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017